Ich war im hohen Norden, ja. Ich war noch ein paar Tage in Amsterdam. Was macht man als Fußballprofi in Amsterdam? Gewisse Dinge kann man natürlich nicht machen als Fußballprofi. Die fallen dann weg. Aber ansonsten, ich war mit Freunden unterwegs. Wir haben trotzdem eine schöne Zeit gehabt. War eine lustige Zeit. Ist ja eine schöne Stadt auch, ne? Absolut. Bisschen Museum. Genau. Hat noch ein bisschen mehr zu wissen.